So, hallo. Wir haben uns entschieden, dass die Helene das doch selber macht. Wir sind ein bisschen blöd, glaube ich. Du schaffst das Helene. Warte, ich muss es ja filmen. Ja, doch beeile mich. Gib mir beobacht, dass es dir keine Eier rauslässt. Lebt sie noch? Nein, nein, geh weg mit... Nein, ich muss es ja filmen, warte. Mimmi! Warte! Mimmi, ich dachte, ich werde rauslässt. Nein, warte. Wo ist es? Nicht so grossig, nicht so grossig. Nein, nicht da! Ja, wo ist der Gleitsch und Stopp? Jetzt ist der Christoph... Hab ich schon angesprüft? Ja. Achso. Das ist der Christoph, unser Nachbar. Da kommt hallo. Entschuldigung um die Störung. Dann spült sie es runter im Klo. Nein, im Klo doch nicht. Die Kabel ist sicher wieder rauf. Ja, das ist eh schon hinüber. Wo soll es denn raufkrabeln wieder, wenn du es runter spülst? Oh, die gehen sicher durch die Kanäle. Das ist ja Kakerlaken. Die ist tot. Die ist tot. Nein, da sie bitte weg, nicht da. Man ist das grossig. Spritzen aber so viel. Was hast denn da für ein Spray da? Anti-Kakerlaken-Spray. Lass mich mal eine Aufnahme. Du hast die erste große Kakerlaken in unserer Küche. Die ist ja nicht groß. Was? Du größer! Großer! Bitte, bitte, bitte. Wir lassen die immer. Sie sind aus Sperrgebiet. Ja. Du bringst die Kakerlaken-Eier mit. Nein, nein. Die lebt die nicht mehr. Ich habe noch einmal eine im Zimmer gekriegt. Danke, Christoph. Die saubere Mimi. Danke. Zeig das noch einmal aus. Die saubere Mimi hat kein Kakerlaken im Zimmer. So ist keiner. Nur die saubere Mimi.